Hallo zusammen. Reisen dürfen nicht. Es ist immer noch der Lockdown. Das heißt, wir kriegen auch keine vernünftigen Videos mehr zustande, die wir euch noch mal so zeigen können. Um jetzt in unserem Rudi zu basteln, ist es noch ein bisschen zu kalt, obwohl wir jetzt hier immer noch einige Projekte vor uns haben. Aber wir haben immer noch so ein paar Sachen in der Konserve aus unseren alten Urlauben, wo wir noch keine Videos gemacht haben. Demzufolge werde ich da mal einige Trailer zusammenstellen und euch mal ein bisschen was zeigen. Der erste Trailer ist jetzt über Moskau. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Schaut es euch mal ruhig an. Gebt uns einfach mal einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Nach dem Intro geht es weiter. In diesem Sinne, bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020